Wenn du dich so hardcore nervt, dann wärt grün, dann hast du den nicht. Aber ich glaube es ist besser, wenn nicht so viele grün sind, sonst ist ja wieder alles shiny. Das ist ja wieder alles chaotisch und zu viel. Neh mal mit, braucht man eigentlich nicht. Es kann jeden Tag sein, dass feste Plätze frei werden. Und es kann aber auch sein, dass mal gar nichts frei wird, wenn alle wirklich aktiv ihr ganzes Zeug gemacht haben. Zweites shiny, aber ich will ja kein shiny, ich will das hundern da. Geh weg mit dem Teil. Das in Wellington, nix los. Ramses, was wagst du mehr? Katze oder Hamster? Okay, naja ich würde sagen Katze, weil ich habe kein Hamster und Hamster weiß ich nicht. Sind meistens nur im Käfig eingesperrt, sitzen da rum, nagen da rum, machen sonst nix. Finde ich sie, ist jetzt kein Nutztier, ist irgendwie sinnlos. Da lieber eine Katze. Shiny, nur mal, oh ein. Guck dir das Tokio Shiny an, das ist doch richtig sinnlos. Ich will doch nur das hundern, da gibt mir gefälligst... Ah, jetzt habe ich vorhin zwei bekommen, in Wellington jetzt habe ich das hier bekommen. Und es ist wieder mal zum Mäuse melken, denn es ist wieder nichts da. Margot FedEx, wahrscheinlich auch wieder. Chevy wahrscheinlich, Planetier, sonst was. Also Margot... Oh Mann, Shiny. Jetzt habe ich einen Shiny aus Neu-Delhi, aber ich will doch nur das hunderter haben. Das ist ja sehr schön und gut, aber ich kann mich darüber leider nicht freuen. So, Master Martin, auch hier in der Aktion, ist da. Shiny ist da, ich will das nicht, ich will das hunderter, aber nehmen wir mal mit. Master Martin, da kann er sich freuen, dass aus seinem das Shiny kam. Es hat... 21 genau, Shiny aus Central Park, aber ich möchte doch das hunderter. Also geht es natürlich weiter. Es wird kommen, ja, aber Foxcookie, du weißt schon, das kann auch trotzdem sein, dass ich nach tausend Raids immer noch keins habe. Das kann alles sein. Josip, ja, ist... Shiny aus San Francisco. Jetzt habe ich wirklich aus jeder Raidstunde, aus jedem Stadtteil, aus jedem Bezirk mir ein Shiny rübergesaugt. Aber ich möchte doch bitte nur das hunderter. Der Großteil meiner Accounts wohnt in Zara. Ich habe mein hunderter aus Wellington. Ihh, Wellington, wenn ich das schon höre, da wird mir wieder schlecht. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Oh, das ist es! Also nicht das hunderter, aber da ist das Shiny aus Honolulu. Das Shiny aus Honolulu ist da. Damit habe ich wirklich in jeder Raidstunde ein Shiny bekommen. An jedem Ort. Wellington, Tokio, Neu-Delhi, New York, San Francisco. Ich kann nicht einladen. Hm.